ich muss nur mal auf mich recht auf die beiden Locks irgendwie finde ja wäre cool wenn du die findest ja das war ja doch recht interessant ne ja also über Maya fahre ich gern ein bisschen was obwohl wir natürlich zu Ende hin irgendwie nicht mehr aufgepasst haben was Sachen finden betrifft aber nachher nicht naja irgendwas hat sie gesagt sie hat ihren Vater glaube ich oder ihren Makada den fand sie überhaupt nicht gut den hat sie glaube ich umgebracht und wir haben festgestellt sie ist genauso drauf wie Lille so ziemlich irgendwo ist hier noch ein Vieh ach da was oh der war da war keins war das jetzt schon wieder schießt den Fass auf seinen Kopf hier pisst euch ah der ist das ja Better Stalker der her ist das unser Freund ach so den mögen wir nicht schläge oder was ich drohe dem Roboter mit Schlägen also ich glaube das ist nicht sehr sinnvoll super das Loader oh ich würde gern mit dem Raketenwerfer warte noch nicht töten ok ich will erstmal mal gucken ob mein Raketenwerfer ihn instant tötet wahrscheinlich aber es hat mich jetzt getötet irgendwas von hinten ich wollte gerade mit meinem Raketenwerfer schießen als mich von hinten irgendwas töten wollte so jetzt können wir schießen boom ja einfach mal kaputt war nicht anders zu erwarten um ehrlich zu sein was schön ist was praktisch ist was gut ist was ist das denn ey achso oh mein Gott das sind alles Gegner kommen die hier wieder raus ja scheiße die kommen ja hier raus frisst Granaten bitches ich hab's vergessen dass hier alles offen ist ey boom boom in deinen Kopf falls das dein Kopf war ich bin mir nicht sicher so hier ist noch irgendwas Aua nein nicht töten ja gut danke ich hab mich so gewartet und weiß so gut geil bin was du bist mein Geiger das ist schon voll gut geil dafür hast du mein Vieh getötet warum hast du das getan oh mein Gott was ist das denn keine Ahnung interessiert mich auch nicht was du bist ich schieße einfach drauf so schön was hast du hier schönes verloren außer Geld gott auch keiner so was ist hier drin nur noch oh ne mach die Kisten bloß nicht auf mach bloß hier nix auf was wird diese kleinen Mini Roboter die nervigen Dinger ja ich frage mich wo diese eine Lok ist das gibt's doch nicht was hast du getan ich hab mir bloß einen Charter gedrückt warum ist jetzt Alarmanlage an hier müssen wir übrigens nicht hin hier wappel hier will ich nicht hin ja ich weiß ich muss gucken vielleicht nix ja auch merkwürdig gewesen wenn hier eine Locke legen hätte ja ich möchte die unbedingt finden ja ich kann's verstehen aber hier war der bestimmt nicht nicht in Blood Rings Kör Körper ja im Käfig aber reden wir nicht darüber ich finde das nämlich scheiße immer noch was da passiert ist das haben die immer noch sehr sehr nee du weißt was ich meine ne unschön wo soll denn der sein ich weiß dass wir hier noch einen gefunden hatten ja das kann ich dir auch noch sagen blöde gefühlt dass sie zu dem Zeitpunkt hier schon einen schon welche übersehen haben meinst du? find ich da einer wo? was ist hier los? was soll das? da hatten wir den schon ja den hatten wir schon das ist mit den Gangstern wer sind diese Leute? Terroristen? Verbrecher? Schurken? du wirst sie vernichten das ist deine Pflicht dafür hast du trainiert was? um unbewaffnete Männer hinzuweisen? jetzt tötet sie ihn gleich diese Männer sind eine Gefahr Bruder Harker um den ersten Sünder jawohl Bruders Hoffnung glaub ich zumindest dass sie ihn tötet oh Gott nicht sie nicht sie was hat dieser Mann getan schweifle nicht Hilfe Spreiß im Kursale ich bring euch den Sinn lass sie ihn doch nicht in meine Nähe was? hör nicht hin Kind exekutiere ihn ach scheiß drauf sie hat irgendwas Böses gemacht lass mich runter ja das sag ich ja sie macht irgendwas mit ihm glaub sie hat ihn einfach verbrannt oder so ähnlich ich finde was raus aber keine Ahnung irgendwie die werden wir einfach mal nicht finden weil ich hab keine Ahnung wo sie sind eigentlich müssten wir die finden muss ja auch hier nach sein eigentlich noch wenn wir jetzt mal das rein logische betrachten ja also auch von von der Story her von dem log also muss da noch irgendwas kommen ja deswegen ach das ist doch nervig es ist gerade richtig nervig wenn man nicht weiß was man sucht also man okay wir wissen ja doch was wir suchen aber wir wissen nicht wo wir es suchen müssen irgendwo wo wir es vorher nicht gesehen haben muss es noch sein ja hat er irgendeine Ecke versteckt oder so ich weiß es nicht ich bin mir nicht sicher ja zu den verstecken fehlt uns auch was ja zu den verstecken fehlt uns auch noch das ist ganz viel Skates ja ich finde es lustig dass die Skates gegen die Racks kämpfen schub es da woop es was schub da woop schubi die woop oh hm komm her du racke du Welpe kannst mir nix du bist noch ein Welpe ich mein was wollen Welpen von mir das Gag nun hey das war mein Kill warum tust du das ja weil ich dir gerne Killz klaue ins Gesicht ja Killz ins Gesicht ja Killz ins Gesicht ab heute gibt es Killz ins Gesicht du kannst dich da verstecken oder was Boom ich töte einfach alles was mir vor das Visier kommt einfach alles was ist das dahinten das bildet sich nicht einschießen zu können Kampfingenieure hier nimmt eine Granate vielleicht hilft euch dir oh was war das so klar ja ich muss das Elektro Ding mal töten warte tötet es nicht tötet es nicht mach nichts ich warte achso so ist getötet was spuckt mir Feuer ich hab so das Problem dass ich ein bisschen lege hast du ich leck so ein bisschen ja das ist nicht gut das ist nicht gut warum passiert das 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 Internet mich schon wieder hast konntest du nur übrigens liebe Leute ich sage jetzt hier mal rein offiziell ich weiß zwar nicht wann ich das hochladen werde aber frohe Ostern weil wir haben Ostern gleich gleich naja rein theoretisch schon da ist ja freitag gleich und schalter ja das hatten wir aber schon dann öffnet sich das hier hinten nämlich obwohl öffnet sich gar nicht mehr hallo in der Warteschlange nicht schubsen drängeln schreien sprechen oder weinen die Freiwilligen werden in der Reihenfolge ihre Ankunft abgefertigt ja dann los hau hau rein ach man du bist scheißer jetzt sind wir ja gleich schon hier in dem Raum das ist was unsichtbar was das ist was unsichtbar oa hier ist bestimmt irgendwo hey hier ist was achso ne das ist die letzte Schaltkonsole die habe ich jetzt eigentlich nicht gesucht hm bist du sicher dass hier noch irgendwas ist? muss weil macht doch andersfalls gar keinen Sinn oder etwa doch also ich dachte eigentlich nicht also ich dachte ja wenn das rein chronologisch ist dann müsste das jetzt hier hinter sein hier ist aber nichts mehr ja ich weiß ich seh es leider das verwundert mich aber gerade auch hm boah dann lassen wir den Bett erstmal frei würde ich sagen da lassen wir den Bett erstmal frei wo kommt denn der raus? wo wo ach so von oben kreaturen befreit sicherheitskräfte wie immer wo bei der Stalker abriff den müssen wir unbedingt retten ja ja komm so raus jay das ist nicht schnell das reicht fürs erste komm zurück jay jay wir haben Tiere gerettet wuuu wir sind so gut die uns unter reinen Umständen getötet hätten äh ja aber wen interessiert's vielleicht ist hier oben noch irgendwo was versteckt das darf ich sein ja hm von hier oben kommt man doch vielleicht irgendwo ran hm nee noch nicht weil das noch kurz weiter ist jaja genau daran dachte ich auch gerade kurzzeitig das ist noch ein Scheiter ganz eindeutig das hier wir haben aber nicht alle von denen gefunden bis jetzt ach so vielleicht müssen wir aber hier nochmal wegen einer Mission hin glaub ich ehrlich gesagt nicht glaub ich ehrlich gesagt nicht wir warten mal was passiert ist alles tot? ja nicht ganz jetzt aber äh hier ist kein Schalter warte aber hier ist noch was hier ist noch ein Echo was? lass mich runter, Kind, sofort! 27 Jahre 27 Jahre lang hast du mich benutzt um diesen Leuten Angst einzujagen nicht wahr? du verstehst das nicht Hals, Maul! du wolltest gar nicht, dass ich diesen Planeten beschütze du wolltest, dass ich ihn in Angst halte damit diese Leute tun, was du verlangst niemand widersetzt sich dem Orden wenn er den Zorn einer Sirene fürchten muss ist das nicht so? du hast keine Ahnung Kind, du musst noch so viel lernen du... ups nenn mich nicht Kind alle raus hier ihr habt von dem Orden nichts mehr zu befürchten ich haue ab aber wo willst du hin Kind ähm Maya nach Pandora ich werde Antworten finden Angel ja Jack finde sie was? wie war das jetzt? gehörte das jetzt zum Echo Lock? ich glaube ja nein Angel wird sie nicht finden hat sie aber hat sie ehrlich? es geht nicht hier ab lahme Waffen schau mal hier runter nein aber haben wir jetzt nicht alle Echos? 1 fährt aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr das zu sehen ne sohn von wer ist das? wollte ich auch gerade fragen hä? irgendein besonderer Gegner hm ok sieht aus wie so eine riesen Motte Libelle Motte darf ich es töten? ja muss auch gucken dass es hier drüber landet damit das alles droppt und es hat dieselben Angriffsmuster wie Blatt ja warte musst du warten wüsste es hier mal landet ausgefahren fahren was wartest du? ich habe es gerade nicht gesehen da ist es genau rum ja aua jetzt warte ich komm her oh ja ein bisschen was mich interessiert nur das Geld ich diese Motte sieht eklig aus darf ich es mal sagen ja das ist richtig so und weg ist er lol guck mal sofort weggeportet so ok da waren wir ja schon mal dran nix besonders nix besonders wie immer Suchekiste miau schade also hm also ich war aber der Meinung diesen Echo den wir gerade gehört haben haben wir das letzte Mal nicht gehört haben wir auch nicht das war ein neuer aber trotzdem fehlt immer noch einer und das ist kacke weil der könnte am Anfang wahrscheinlich liegen am Anfang nicht aber irgendwo zwischendrin wir haben wir einfach nicht gefunden naja gut naja gut naja man genau wir haben das hier erstmal abgeschlossen ah Roboter zum killen wie bei dir da oben oh mir hier oben gerade war was die wurden aber schnell wieder gespawnt ganze Scheiße schon mal her ich will töten ich renne schon mal rüber zu ja da ist noch irgendwo einer schon wieder so ein blöder Roboter Bot ich habe erfolgt von ein Laboraturbot hast du getötet da ist irgendwas Neues bei dir wir haben wir mal ein paar Gramm haben wir ich merke das hier schon ich krieg ständig Energie ich 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 habe lustig finde barbara ich hab zwei erfahrungspunkte bekommen mensch ist das cool so machen wir jetzt noch irgendwie schon wieder die frage ob wir noch eine mission machen wieso denn nicht weil das spiel lekt so schlimm ist es auch wieder alles wie jagt vielleicht eine sekunde oder so das kann doch nicht wahr sein das liebsten doch ab zum sinn am steam also ich sag mal tschüss timon und pumba hat spaß gemacht euch hier zu sehen und könig der löwen wird es euch danken ja ich bin ja nicht fertig chill doch mal so jetzt darfst du ich hoffe ich habe gerade das richtige Ziel ausgewählt weil es gerade trotscht ist glaube ich ja das ist richtig wow wir sind in the sanctuary wie konnte das nur passieren da dumm fail